Von gar keinen Symptomen bis zum schweren Verlauf. Eine Infektion mit Covid-19 verläuft von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Doch offenbar kann auch die Blutgruppe eines Menschen Einfluss darauf haben, wie schwer er bei einer Ansteckung vom Virus getroffen wird. Eine bestimmte Blutgruppe ist dabei wohl besser vor einem schweren Verlauf geschützt als andere. Das zeigen aktuelle Untersuchungen. Hierbei handelt es sich um die Blutgruppe 0. Forscher des Osloer Uniklinikums und der Uniklinik Kiel werteten hierfür Blutproben von mehr als 1600 Covid-19-Patienten aus und verglichen diese mit den genetischen Merkmalen der Proben mit den Gesundheitspender. Demnach wiesen Menschen mit der Blutgruppe A ein höheres Risiko dafür auf, besonders schwer zu erkranken. Personen mit der Blutgruppe B lagen in der Mitte, während Menschen mit der Blutgruppe 0 offenbar besser vor dem Virus geschützt waren. Andere Studien deuten darauf hin, dass die Blutgruppe 0 zwar eine geringere Wahrscheinlichkeit habe, an Covid-19 zu erkranken, allerdings keinen leichten Krankheitsverlauf garantiere. Personen mit Blutgruppe 0 müssen sich trotzdem gleich schützen, so Forscher der Medizinischen Universität in Graz gegenüber dem Netzwerk APA Science.